Ja, was denn? Was denn? Ja, was denn? Ja, ich weiß. Ist mir auch aufgefallen, dass ich meine Haare geschnitten habe und wie das fresh aussieht. Ja, danke, danke. Alles okay, danke. Hey, danke. Nein, Spaß, Freunde. Wundert euch gar nicht. Ich habe hier so ein Pickle-Patch-Pflaster, was auch immer. Danke an Isabel. Ich hoffe, das bringt mir so. Wenn nicht, dann bringe ich das. Auf jeden Fall, Leute, scheiß auf meine Ficke, die sind nicht das Thema. Wir reagieren, ja, auf die lieben Seko. Queedrama packt auch aus. Ja, ich weiß, tamam, wir haben mittlerweile die Schnauze voll. Okay, tamam, sag das den Arm deinen YouTubern. Du sollst mir fleißiger Videos hochladen, dann kann ich auch auf die reagieren. Es gibt einfach nichts. Wir müssen uns jetzt hier das gelabern, ja. Egal, komm, let's go. Weil er sagt, dass ich Borat Yatsingai gesagt habe und danach mich umgeändert habe, habe gesagt, nein, ich heiße nicht Borat, ich heiße Queen. Okay, wallah, Video fängt wieder mitten im Geschehen an. Es gibt kein Intro, keine Einleitung, nix. Und aus dieser Situation konnte ich nie entkommen. Das war mein Fehler. Das war mein eigenes. Da bin ich selbst schuld. Da ist keiner schuld. Da bin ich selbst schuld. Aber trotzdem, man kann es doch akzeptieren. Man muss doch aus einer Ameise eine große Elefante machen. Man kann es doch trotzdem akzeptieren. Man muss doch nicht sagen, für jeden kleinen Scheiß, ja, er hat sich so genannt, ich habe mich dran gewohnt. Digga, du hast ein Gehirn. Allah hat dir nicht ein dummen Gehirn gegeben. Er hat dir ein gesunden Gehirn gegeben. Damit man denken kann und sagen kann, okay, der will so. Dann ist das so. It is how it is. You know? Sorry, gar kein Plan, was hier der Einstieg war, worum es gerade geht. Aber Burak Abi is on fire. ... das Video sehen würde. Was würdest du ihm gerne sagen? Gude, ey. Hä? Wenn er zum Beispiel jetzt Queen, also ich sag Queen, wenn er das Video schauen würde, was würdest du ihm gerne sagen? Seko wieder mit seinen therapeutischen Fragen, Alter. Also, ich weiß gar nicht. Also, dass er halt akzeptieren soll. Aber jetzt habe ich ja schon öffentlich zugegeben, wer ich bin und wie ich bin. Aber nach meiner Meinung, ich hätte ihm auch gesagt, so was ich meine, ich meine, du hast ein Gehirn zum Denken. Und damit, was er gesagt hat mit dieser Passgeschichte, weil er weiß ja nicht, wo hat er denn mir meine Pass angeschaut, um sowas zu sagen. Wo er weiß, dass er das ist. So, das hat mich aufgeregt, als ob er das heimisch irgendwo abkopiert hätte oder so und sich irgendwie angeschaut hat oder so. Ich meine, woher hat er sich so ausgeschaut? Ich glaube, der wusste... Schießen die gerade gegen Dennis? Hä? Was ist denn passiert, Digga? ...wusste, da er dir die Taschen geschickt hat, man schickt ja mit einem falschen Namen nicht. Das kommt nicht an. Diese Post kommt nicht an. Da hat er deinen Namen abgefahren. Wenn ich, wenn ich ihm das gesagt hätte, ey, Denison, ich bin Burak Gerzenkaya, sonst was, dann hätte er das mit 100 Prozent, ich bin zu 100 Prozent sicher, dass er das im Video eingeblendet hätte und gesagt hätte, guck mal, Burak hat zu mir gesagt oder hat zugegeben, dass er Burak Gerzenkaya ist. Dann hätte ich ja auch diesen Video mit dir auch gar nicht gedreht. Hätte ich auch gar nicht nötig gehabt, weil ich ihm das eventuell im Endeffekt gesagt habe und er das ja eingeblendet hat. Jetzt muss ich mal aufgeklärt werden. Kann es sein irgendwie, dass jetzt Dennis aus Versehen, versehentlich irgendwie den echten Namen von Burak geleakt hat oder ist jetzt Burak doch der echte Name oder was ist da passiert? Weil er hat ihn ja wohl in der Tasche gekauft und die ihm versendet. Vielleicht wusste er dann einen richtigen Namen. Was ist da passiert? Ich check's gerade nicht. Ich weiß schon, was ich meine. Weil er würde das niemals einfach so sitzen lassen und alles irgendwie privat behalten. Er würde das einfach einblenden, weil es geht ja um einen echten Namen. Und wenn er schon mit der Passgeschichte ankommt, dann würde das zu 100% das machen. Das ist einfach... Würde nicht... Jetzt würde ich... Diesen Namen hat er deswegen von dem ersten Video von Pumping... Also, wie sagt man das, abgeklaut oder sonst was. Also das halt gehört und so wahrgenommen. Und genau mit diesem Namen, den ich mich im ersten Video genannt habe, genau mit diesem Namen hat er das eingegeben im Internet. Ohne, dass ich ihm gesagt habe, dass ich so heiße. Aha. Okay, wir kommen der Sache näher. Jetzt ist nur noch die Frage, wie heißt Burak wirklich? Warte mal, jetzt würde dich stören, wenn ein YouTuber, Kein Anjabi oder Denison, dich weiterhin Burak nennt. Ja, wenn ich sage, aber auf Korrekt und Ehre trotzdem Queen Drama und er dann auf Krampf trotzdem Burak sein würde, dann finde ich, ich würde, also ich habe ja schon zugegeben, wie gesagt, es würde mich auch gar nicht mehr stören, aber ich finde es halt nur respektlos und übelst kindig, dass man mit dem Alter sogar, vielleicht ist der Kahn sogar älter als ich, weiß ich nicht, aber mit dem Alter sogar immer noch nicht reiz genug ist, etwas zu akzeptieren. Heißt der jetzt doch Burak oder was? Wallah, ich komme durcheinander. Das ist einfach so. Wenn ich sage, auf Ehre und Korrekt, dann muss er wissen, was ich darunter meine, wenn ich sage Ehre und Korrekt. Weißt du, wenn er trotzdem Burak sagt, dann ist er kindisch, dann würde ich, ich sage ehrlich nicht, also die Menschen, die ihn natürlich so Vorbild genommen haben oder selbst schlecht dadurch geworden sind, weil einfach jeder sich anschaut, wie Kahn sich dumm und dimmig da, weiß ich nicht, wenn man tot rüberlacht oder so, und die anderen lachen natürlich mit, weil die denken, okay, das ist was Normales oder so, so wie kleine Kinder, weiß ich mal, so kleine Kinder, die man ja aufzieht und so, bis in diesem Alter, wo man reif genug sein wird und das musst du dir so ansehen, so wie wenn Kahn der Vater wäre und diese ganzen Fans, die er hat, seine Kinder wäre. Checkst du? Das musst du so sehen. Das, was er tut, nehmen die als Vorbild. Also das schauen die sich an und denken dabei, das ist was Normales. Neben dir, vielen Dank für die Blumen von dir. Warte, das sind auf jeden Fall super Vergleiche. Du musst die sagen, wenn Kahn, Kahn ist Vater und seine Fans sind die Kinder. Warte, ich höre es euch, ich versuche gerade zu verstehen, was ist jetzt hier der Kontext? Also, worauf will er hinaus? Aber ich komme nicht drauf. Es ist gerade so, das ist too much, Digga. Bin ich gerade im Matheunterricht oder wo bin ich hier? Deswegen machen die das nach und wissen aber dabei nicht, dass es eigentlich nichts Gutes ist. Deswegen ist er ein schlechter Vorbild. Der ist in meiner Augen ein schlechter Vorbild. Guck mal, ich kann... Ich? Okay, okay. Dann ist die Frage... Dann ist die Frage, wer von den beiden, ich oder er, wirklich ein schlechtes Vorbild ist, ne? Wenn man draußen sich mit anderen gegenseitig die Mütter beleidigt, sich tot bieft, mit anderen irgendwie, keine Ahnung, richtigen Stress provoziert, äh, sich extra zum Affen macht, weißt du, und sich so verkauft, dann frage ich mich wirklich, wer von uns beiden ist das schlechte Vorbild, so, weißt du? Ich will mich jetzt hier nicht gut reden, aber das... Jeder kann sagen, okay, ich bin kein gutes Vorbild, kann man behaupten. Aber dann muss die Person auch schon wirklich eine normale Person sein. Ich will jetzt nichts gegen Burak sagen, aber das ist ja jetzt nicht irgendwie jemand, wo man sagen kann, er hat alles richtig im Leben gemacht. Und es ist auf jeden Fall eine Vorbildfunktion oder eine Funktion für was weiß ich welche Community. Da weiß er selber nicht mehr, was er will, was er ist und was er werden will. Er macht einfach. Er ist, ich glaube ich, noch voll unsicher. Ich glaube, er ist gerade in so einer Phase, wo er sich noch selber kennenlernen muss, ne? Er weiß nicht, will er Jungs, will er Frauen, will er so, will er das, will er als Burak genannt werden und dann doch nicht und dann so, weißt du was, man? Ich kann dich nachvollziehen und ich kann den auch nachvollziehen. Ziele neak! Zwar vielleicht merken die nicht Queen Drama, Von dir! Hatte ich genannt, zu nennen. Sondern Burak, er. Weil im türkischen Namen Türkischem, Türk müssen sein, abi, Türk müssen. Gibt ja viele Buraks, weißt du? Eben. Deswegen wollen die vielleicht Burak nennen. Genau, aber das ist das, was ich nicht verstehe. Keiner außer mir heißt Queen Drama und trotzdem sagen die, wenn die Queen Drama sagen, Ich meine Burak. Aber es gibt doch tausend Buraks. Welchen Burak meinst du? Es gibt doch nur eine außer mir Queen Drama. Keine außer mir sonst. Deswegen, wenn du schon Queen Drama sagst, dann ist es doch schon mich damit gemeint. Nicht keiner anderen sonst, weil keiner außer mir heißt Queen Drama. So, aber jeder heißt Burak. So, ich meine, welchen... Ja, bei Allah hassen Burak. Burak meinst du? Nein, aber das geht an... Guck mal, warte mal Mama Afrika, es geht um die Hater. What? Wie heißt der? Mama Afrika? Welchen Burak meinst du, wenn jemand mich Burak nennt? Weil es gibt tausende Buraks, aber keiner davon Queen Drama. Und ich bin der einzige, der Queen Drama heißt. Deswegen muss man ja auch nicht einer auf Dings tun, wenn du Queen Drama sagst. Einfach nur auf Sekos Gesicht achten. Einfach nur drauf achten. Ich meine Burak und so. Digga, welchen Burak meinst du? Es gibt tausende... Ja, krass Digga, krass, krasses Gespräch hier. ... Buraks, aber keiner davon Queen Drama. Der erste Burak, der bekannt ist, bist du, weißt du? Ander Burak... Hm, boah, ja man, krass, krass. Ich weiß, aber es geht darum... Du bist als Burak bekannt. Ich weiß, aber es geht darum, dass Buraks viele gibt. Es gibt viele Buraks, aber keiner davon heißt Queen Drama. Und ich bin derjenige... Drama! ... der Einzige, der... ... Queen Drama heißt. Und ich... Also jetzt mit echten Namen heißt ich Burak, aber... Aha! Aha! Heißt der jetzt wirklich mit echten Namen Burak? Dann hat er uns ja wieder was vor. Ich bin auch noch komplett angelogen. Super Vorbildfunktion, lieber Herr Burak. Ne? Dass sie diese Werte vermitteln, dass man, ähm, zu seinem echten Namen, äh, 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 nicht stehen sollte. Und dass man irgendwie die Leute anlügt, ne? Und seine wahre Identität verleugnet. Super, super Einstellung. Super von dir, ja. Wie gesagt, es gibt tausende Buraks und keiner davon Queen Drama. Und ich bin der Einzige, der Queen Drama heißt. Ja, du hast doch... Mashallah, der hat doch einfach Patent gemacht. Sag, dass die dich erst mal Burak nennen. Nein, erst mal Queen Drama nennen, danach Burak sagt. Damit man checkt, weißt du, um wen... Ja, ich hab... Ja, Mann, mhm, krass. Ich hab's nicht mehr... Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Deswegen hab ich ja, ähm, gesagt, okay, ich mein, ich geb's einfach zu. Und dann sollen die ihre Fresse halten, sollen die mich nicht mehr damit psychisch irgendwie belassen oder abfacken oder sonst was. Weil ich bin ein Mensch und ich brauch auch mal... Psychisch belasten. Bei der Ruhe. Ja. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass du sich dann so... Dazu kann ich nur sagen, wenn eine gewisse Person, die im Internet steht, Ruhe braucht und das Ganze zu viel wird und sie damit zu sehr psychisch belastet wird, dann einfach, ja, mal eine kleine Auszeit nehmen, sich von dem Internet distanzieren, ne, von dem Ganzen einfach mal so einen Strich durch die Rechnung ziehen, hey Leute, ich bin weg, ciao. Dann reden auch weniger Leute, dann ist man auch kein Gesprächsthema mehr. Aber wenn man immer wieder und wieder aufs Neueste in den Videos mitmacht, sich zum Affen macht, dann braucht man sich nicht zu wundern. Startende. Ihr Jonathan Franks. Du sagst, ja, okay, ich will trotzdem Queen Drama genannt werden. Aha! Jetzt gucken wir unser Terropoil. Was hat er zu sagen? Dann willst du ständig auch Queen Drama, wenn du sagst, du willst Burak... Also auf Ehre und korrekt natürlich möchte ich immer noch Queen Drama heißen, weil... Auf Ehre. Ich sag ehrlich, ich will... Auf Ehrenbruder Basis, der Burak. Meine Karriere, meine Promi... Karriere. Also diese Promi-Leuten halt. Und all... Welche Promi-Leuten? All jenes, ist egal, worum es jetzt geht, also bekannt und berühmt halt. So diese Karriere will ich einfach mit Queen Drama nur aufbauen und nicht... Hä? Warte mal. Ich glaube, ich muss Polizei anrufen. Was habe ich gerade verpasst, Digga? Welche Karriere, Digga? Hä? Karrieremodus in FIFA oder was? Ich bin Burak. Ich gebe jetzt zwar zu, wer ich bin, aber man muss ja nicht übertreiben, weißt du? Und man kann ja trotzdem akzeptieren. Weil ich habe jetzt im Endeffekt das getan, was die Hater wollten. Die wollten ja unbedingt wissen, wie ich heiße. Die haben es gekriegt. Die sollen jetzt ihre Fresse halten. Und jetzt anschließend habe ich jetzt auch eine Bitte an euch. Ihr sollt mich jetzt bitte auf Ehre und Korrekt bitte Queen Drama nennen. Und das ist das, was ich jetzt von euch will. Ich will, dass ihr mich einfach Queen Drama nennt. Warum? Burak ist doch dein richtiger Name. Warum sollen wir dich nicht so nennen, wie du auch in Wirklichkeit heißt? Ist doch unser Recht. Wenn wir dich ansprechen, können wir dich mit Burak ansprechen. Hä? So, einfach ist das. Ihr könnt ja trotzdem wissen, ich bin Burak. Ihr könnt mich von mir aus privat Burak nennen. Aber bitte auf Ehre und Korrekt bedenkt euch das im Hinterkopf. Am Ende Wort des Jahres Ehre und Korrekt. Dieser Junge ist Queen Drama. So. Haram, der wollte sich einfach retten. Er wollte seinen Namen retten, dass niemand weiß, wie er heißt. Voll einfach schief gegangen. Hat gar nichts gebracht, Digga. Ich hab zu dir auch gesagt gehabt, als wir das Video geträt haben, ob du nochmal dich überlegen willst. Dieser Video hochzuladen oder nicht. Ja, ich hab sehr angbekommen. Weil viele dich Burak nennen werden. Ja. Weißt du? Aber wie gesagt, es geht ja darum. Ich muss nicht viel Drama sagen, aber ich soll es. Die denken sich so. Die denken sich so. Dann damit musst du klarkommen. Natürlich. Weil die Sache ist, deren... Mama früher geht mit der Bietenschwester. Du musst nicht alles zum Herzen nehmen, weißt du hier rein, hier raus. Ja eben. Aber deren Intention war ja auch schon von Anfang an, mich damit aufzuregen, weil die ganz genau wissen, dass ich ja nicht Burak genannt werden möchte. Und jetzt, weil ich ja zugegeben... Burak in the house. Und jetzt, wenn ich das nicht aufgeben hab, können die mich ja nicht damit mehr aufregen oder so. Und deswegen werden die ja automatisch Burak in Drama sagen. So, deswegen hab ich das auch im Hinterkopf gehabt. Ich hab gedacht, okay, ich hatte halt Angst, dass es vielen mehr Nachteile geben würde als Vorteile. Aber wie ich in meinen Kommentaren gesehen hab, gab es mehr Vorteile als Nachteile. Weil die Menschen einfach gecheckt haben, die können mich damit nicht mehr aufregen. Ja. Ihr Freunde, ihr habt's gehört. Redet davon, die Menschen haben gecheckt, dass man sie nicht aufreden kann, macht ein 10 Minuten Video und regt sich durchgehend auf. Wir müssen es akzeptieren, leider. Und zwar, wir müssen... Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Wir müssen das Ganze akzeptieren, ey. Ihr müsst das akzeptieren, Leute. Wenn das Queen Drama so sagt, dann müssen wir es leider so akzeptieren. Burak immer noch Queen Drama nennt. Leider? Was heißt leider? Ja. Du weißt aber schon mal, also wir müssen... Ja. Und zwar Freunde, ich soll euch eine Sache, wenn es euch gefallen hat, Freunde, hast einen Daumen noch... Ja, ja, wie gesagt, müsst ihr auf jeden Fall akzeptieren und wenn es euch gefallen... Freutage Videos hier. Wenn ihr das Video seht, siehst, Freunde, ich bin dann Türkei, Freunde, damit ihr Bescheid willst. Es werden ab jetzt weniger Videos kommen. Aha, alles klar. Okay, tamam. Das war's mit dem Video. Ihr wisst Bescheid. Ab sofort solltet ihr Burak nicht mehr Burak nennen, sondern Burak Abi. Ihr wisst Bescheid. In dem Sinne, das war's mit dem Brainwash für heute. Wir sehen uns wieder morgen, wenn es wieder heißt, vielen Dank für die Blumen von dir. Tschüss.